Fuck Es gibt keinen anderen Spalter, das ist ja so blöd Das ist ja schon danach Oder? Weil das ist ja 1611, das ist ja 1609 Da ist ja, da bin ich wahrscheinlich noch mal Hingerannt, ne? Ich probiere es mal, wo sind wir denn da? Oh nein, da waren wir noch Im Kampf Das ist ja supi Oh Gott, äh, Moment, warte So, wo waren denn hier die Spawns? Ja, das ist ja supi, dann speichere ich gleich mal eben schnell Wenn wir hier mit fertig sind Sollten natürlich die Dings im Auge behalten Oben die Uhr Das Schiff erstmal zerstören, damit es nicht weg kann So, warte Die Granaten hole ich natürlich gleich raus Aus ihren Lagern So, warte, weil die haben nämlich hier Und dann jetzt nicht abschmieren, bitte Bitte nicht abstürzen Das wär jetzt fatal Okay, äh, die haben doch irgendwo Granaten gehabt, ne? Okay, 0 von 15 Oh, hier 12 Granaten Äh, was hatten wir gesagt? Das nehmen wir mit Das nicht, äh, das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Ich muss oben die Uhr im Auge behalten Okay, so, und dann müssen wir alles zerstören Aber ich würde erst das Drillchip zerstören Also sprich, quasi vorne den, den Bohrer, ne? Am besten mit der Granate Drei Minuten würde ich gleich bei Zwei Minuten würde ich zurücklaufen Das schaffen wir dann Jedes Modul zerstören So, das machen wir, glaube ich, gleich weiter Weil jetzt, weg kann es ja jetzt sowieso nicht mehr Deswegen düse ich mal ganz schnell zu unserem Schiff Und, ähm Ich speichere mal eben schnell Schnell speichern So, puh, alter Das ist, äh, man fängt wirklich von ganz vorne an Wenn man tot ist Holy shit, alter Wir sollten auf jeden Fall sowas von aufpassen Dass wir regelmäßig speichern Das kann ich schon mal sagen Das, ähm Alter Puh So, warte Äh, ich brauch mal mit der 5 noch ein bisschen Lebensspritze Ah, sprühe mich mal ein Ah, geil Riechst du die Energie? So Gut Das ist natürlich echt, alter Das Alter, das sollten wir auf jeden Fall im Auge malen Dass wir Ich speichere hier nochmal Das sollten wir definitiv im Auge malen Dass wir, ähm Ja, du weißt, was ich sagen will Dass wir hier nicht sterben Habe ich denn eigentlich irgendwas zu reparieren? Komm, mal gucken Warte mal Warum? Achso, weil wir Schränke bauen können Da war, glaub ich, irgendwo was Das, nehm ich mal mit Muss ich irgendwas reparieren? Hinten anscheinend noch nicht Da, 99 Der Bohrer müsste das sein, ne? Oh, hier Unbedingt 100, 100, 100 Nice Die Decken haben auch 100 Sehr schön 100 100, 100, 100, 100 Diese Decken haben auch 100 Jo Nur der Bohrer ist angegriffen Den sollten wir Ja Sind wir schon unter Tage? Nein, oh Gott Hätte ich jetzt beinahe vergessen Ach du Scheiße Jetzt aber, jetzt aber zügig Das hätte ich jetzt beinahe vergessen Alter Also sobald du getroffen wirst Ist alles vorbei Sofort Zackig Das dauert ja auch noch ein bisschen Bis das Schiff dann unten ist Alter Das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Aber jetzt sind wir definitiv in Sicherheit So, gucken wir mal Ja, jetzt sind wir definitiv in Sicherheit Das ist schon mal gut Und das Drill-Chip müsste auch noch da sein, oder? Wo ist das kaputte Drill-Chip? Auftrag wird oben Oh, okay Nach dem Vulkanusbruch fortgesetzt Genau Bleib mit dem Drill-Chip Unter der Erde Genau La, 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 la So, jetzt pack ich mal da rein Den Schrank Hier Weiß nicht, warum ich noch einen Schrank mitgenommen Ich weiß nicht, warum ich noch einen Schrank mitgenommen habe Aber was wir haben, haben wir, ne? So, dann die Reparatur-Kits Die packen wir hier rein Rotfläden-Munni Alter, wir haben so viel Munni, ne? Das ist halt Aber er hat ja gesagt, wir sollen uns, äh, ne? Er hat gesagt, wir sollen uns quasi, äh, aufrüsten Oder ausrüsten Das haben wir getan So Jetzt mal eine Frage Okay, wir können wieder hoch Da hat man doch gerade das Rot gesehen Was tödlich ist Jetzt mal eine Frage Müssen wir es nochmal machen? Ist das Schiff jetzt Das Schiff ist weg, ne? Weil ja die Explosion war Oh nein Warte mal Das heißt, wir müssen ein paar Granaten bauen, ne? Uff Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Können wir Granaten bauen? Kupferschrauben Na, Kupferplatten brauchen wir nicht Äh Was brauchen wir denn dafür noch? Schwarzpulver Oh je Ich glaub, wir müssen das nochmal komplett, ne? Kann das sein? So, ich probier das jetzt mal wieder So, was brauchen wir denn noch? Kupferschrauben Kupferbarren, alles klar Äh Haben wir nicht noch welche? Okay Ah, man kann das auch in die Warteschlange dann hängen, ne? Dann baut der das, glaub ich, selbst, ne? Der müsste das ja jetzt gebaut haben, oder? Okay, was fehlt noch? Kupferschrauben Das machen wir hier, ne? Was fehlt jetzt? Kupferrohre Und Schwarzpulver wieder Natürlich So, jetzt müssen wir fertig sein, ne? Ja, okay Das heißt, wir haben jetzt 23 Granaten Das dürfte reichen, oder? So Jetzt sind wir ausgerüstet Äh, bereite ich auf den Kampf vor 200 Meter, alles klar Das heißt, wir müssen nochmal alles von vorne machen Ja, großartig Aber diesmal wissen wir, wie es geht Und wir haben mehr Zeit Das ist ja die Hauptsache So Alter, da ist der Vulkan wahrscheinlich, ne? So, also zumindest Das, was Uff Ja, das Clipping hier Das müssten sie noch ein bisschen im Griff kriegen, ne? Man sieht hier tatsächlich Dass hier noch ein bisschen So ein paar Clipping-Fehler sind Aber wie gesagt Ist ja noch alles Early Access Und halt Äh Äh Uff Kommen wir zu uns? Die waren noch ein Weg zu uns, ne? Kann das sein? Alter, Hilfe Ich glaube, das soll dieser Lens-Flair sein Durch die Hitze Oder dieses Uh, greif mich nicht mehr an Jetzt müssen wir alles neu machen, ne? Warte mal Mit der 6 machen wir das doch mal Oh, weg mit dir Äh Ich brauch Schuttschild Warte mal Eben Schnell anziehen Uhhh Das dauert Okay, so Jetzt schnell rein Huah Mit der 6 ausrüsten Oh, äh Moin Sei gegrüßt Ich hab Angst, halt hier ne Granate zu werfen So, warte Äh Die 4 Da ist noch ne Dings, ne? Ich weiß nicht warum Alter Okay, hier ist die Stimmt, hier ist ja die Waffe Jetzt nicht mehr Hier ist keine Verteidigung mehr Wie der die Granate manchmal hier hält Ne? Guck mal Ich hab krumme Finger So So, das müsste es jetzt genau Jedes Modul müssen wir jetzt zerstören, ne? Wir haben es soweit geschafft Gott sei Dank Ähm Trotzdem möchte ich einmal im Frachtraum Gucken Uh Laufgeschosse Präzise Flintenmunition Einzelgeschoss Munitionswechsel Mit mittlerer Maustaste Nehmen wir mal mit Das nehmen wir auch mit Können wir gut gebrauchen Schrotflintenturm Kraftwerkskuh Ja, könnte man eigentlich auch mitnehmen Mein, was wir haben Haben wir, ne? So, haben die noch irgendwie was Lagermäßiges Hier ist nix drin Da, drei Panzerbrechende Revolvermunition Was für haben wir? So, jetzt müssen wir hier alles zerstören, ne? Decke und Seite Haben wir gesagt gekriegt Wie viel haben wir denn noch von unseren 20 Granaten? Fünf Ernsthaft? Wir haben noch fünf Granaten? Lol Ähm Müssen wir nicht das Teil des Bohrers irgendwie abbauen hier? Wrack abbauen Ah, okay Hier auch Wrack abbauen, oder was? Ach so Alles klar Teil des Gerdes Bohrers 2 Kettenteile Ach krass Ach man, arbeitet das dann ab, oder was? Das ganze Schiff Uff Das hätten wir auch noch machen müssen Und wir hatten gar keine Zeit gehabt So, jetzt haben wir alles abgebaut, ne? Erstmal speichern So Erst auf die Uhr geguckt und dann gespeichert So Ja Zu spät Zu spät Zu spät Zu spät Zu spät So, ich kann mal die Rüstung wieder ein bisschen auffüllen Wenn wir schon einmal hier sind Aber dass das halt dauert Mit der Rüstung Beim Kampf Oh, holy shit Das, ähm, ja Naja, gut So, dann haben wir das jetzt Nice Ich freu mich Das heißt, wir können so ein Chip ausbauen Und verbessern Geil Wir können sogar länger machen Noch länger machen jetzt, ne? Wir müssen nur beachten, dass halt Die länger es wird Und mehr Krimskrams wir dann dran haben Boah, ich würde gleich echt Erstmal eine Tür bauen Äh, desto mehr Energie brauchen wir ja Ich würde jetzt erstmal gleich Türen bauen Das ist jetzt erstmal das Erste, was ich mach Ähm Hier so eine Eingangstür Die können wir ja Können wir an der Werkbank, glaub ich, bauen, ne? Warte mal Die Werkbank war Hier, ne? Lass mal eben gucken Struktur Jo Ich baue mal drei Türen Das heißt, ich würde hier einen Eingang Oder muss ich das abbauen, ne? Kann ich hier eine Tür? Wie baue ich das denn? Achso, ich muss das erst aus dem Frachtraum holen, ne? Genau Ähm Warte Ich baue die Dings mal ab Warte Nein Geht das? Ach, wir haben keinen Platz im Inventar, ne? Oh So, ähm Das, das Ähm Das muss man ja sowieso platzieren, ne? Dann platziere ich das alles mal So, das platziere ich auch mal Äh Haben wir sonst alles? Ja, ich glaub schon So, warte Kann ich das jetzt abbauen? Ja So, wo ist die Tür? Ich will Oh, da muss ich mal das Außen machen Hier kriegen wir eine Tür hin, anscheinend Probier das mal Warte Wir sollten gleich erstmal auftauchen Das ist, glaub ich, gleich erstmal das Wichtigste Hä, wieso krieg Kann ich hier keine Tür bauen? Wie funktioniert denn das? Oder muss ich erst einen Rahmen haben? Ich muss bestimmt erst einen Außenrahmen haben Oder sowas Wahrscheinlich brauche ich das erst Sonst geht das nicht Oder? Hier so einen Durchgang brauche ich bestimmt Da würde ich doch verwenden Wie kann ich den Können wir den bauen? Natürlich nicht Äh Warte mal Modul Türmodul Doch, hier Kupferschrauben Warte Kupferschrauben Habe ich doch gebaut Achso, keine Ne Hä? So, jetzt Jetzt geht's bestimmt Oder? Achso Muss ich erst rausholen, ne? So war das ja Ja Nice Uh Äh, da würde ich auch noch eine Tür hin machen Oder? Oder mache ich die oben? Ne, ich mach die da hin Das ist ja nice Da können wir keine machen Weil wir da die ganzen Klimbimms-Dinger haben Desto mehr Türen wir haben Desto mehr Desto weniger können wir natürlich auch Da hinbauen und so Und tralala Ich würde dann hier mal eben das Abbauen Nach oben Einen Schrank bauen Vielleicht Ach, hier oben haben wir ein Fenster Jetzt Lol Ich platziere jetzt halt einfach mal Ein paar Schränke Wo ich ein bisschen was reinpacke Ähm Das ganze Klimbimms hier Das kommt mal da rein Das kommt auch da rein So Dann kann ich den unten jetzt glaube ich abbauen, ne? So Genau Dann platzieren wir hier auch wieder ein Schränkchen Ist eigentlich ganz Ist eigentlich supi Supi praktisch Ich mein so viel Muni brauchen wir jetzt sowieso nicht Äh, äh, was? Alter Ähm Äh, lass mich raus Scheiße Okay, wir sollten auftauchen Aber erst müssen wir Türen einbauen Das ist wichtig So, warte Tür Tür Nice So Dann haben wir schon mal Tür zu Aber oben müssen wir glaube ich Fenster einbauen Wenn ich das richtig gesehen habe Was kosten denn hier die Fenster? Oder hatten wir die nicht gebaut gehabt? Die Luten Warte mal, die Luten Hatten wir die nicht gebaut? Äh, warte mal Wann ist das mit den Strukturen? Doch da Ne Moment Ich war mir sicher Dass wir diese Luten Irgendwann mal gebaut hatten Okay Gut Wie dem auch sei Dann bauen wir die mal eben Zwei Stück Weil die werden wir Oh, wir haben keinen Platz im Inventar Oh, nein So, pass auf Alles dahin Und dann Nehme ich jetzt die zwei Luten mit Und jetzt geht das bestimmt Pass auf So, warte So Schwupps Und Schwupps Und dann können wir jetzt quasi da durch gucken Hallo So und jetzt tauche ich ab Damit wir hier Erstmal speichern und abtauchen Was ist hier schon wieder los? Ihr wollt hier was zu tun haben Ihr kriegt mein Schiff angreifen Ihr kriegt was ihr braucht Und was ihr Verdient habt So Mal eben kurz mit den Nachbarn gesprochen Immer diese Unruhe hier Ist ja unfassbar So Geil Wir haben neue Türen Super Freut mich Richtig, richtig cool So Denn wenn wir jetzt unten sind Kann uns ja keiner angreifen Und natürlich auch Gut, wir können natürlich nichts basteln Aber wir Können In Ruhe Noch mal ein wenig Unser Schiffchen Zusammenstellen Den Neuen Rumpf dran bauen Also so ein neues Gehinten So eine neue Das ging glaube ich Über Tage nur, ne? So ein neues Gelenk dran bauen Also ein neues Stück Das ging glaube ich nur über Tage Also ich Ich plane schon größer Wie man merkt So Jetzt lass mal gucken Jetzt haben wir ja tatsächlich Da nichts mehr drin Ähm Soll ich echt oben Lager machen? Zumindest so ein paar Dass wir hier wirklich Lager machen Glaube ich gar nicht mal so verkehrt, ne? Wenn wir jetzt so viele Sachen kriegen mittlerweile Vielleicht ein, zwei Schränke unten Sonst wir immer mehr am Umbauen sind hier Die Wände würde ich vielleicht freilassen Für halt Ja, hier sind ja schon Und da drüben vielleicht nochmal eine Waffe, ne? Haben wir denn noch ein Noch ein Geschütz Wir haben doch noch so ein Geschützmodul, ne? Hatten wir nicht noch irgendwo ein Geschützmodul gehabt? Ne? Meine mir war so Hallo? Ähm? Hallo? Oh nein Nicht abstürzen Bitte Also irgendwie hängt es jetzt zwischendurch Warum auch immer Wenn man Jetzt habe ich alles genommen, ne? Ich würde sagen Wir machen einfach hier nur Reparatur Knauze Google Weiß nicht, warum die sich jetzt angesprochen fühlt hat Keine Ahnung Weiß nicht, ob ihr es gehört habt Aber sie fühlte sich jetzt gerade irgendwie angesprochen Vielleicht ist sie auch alleine Ich weiß es nicht Dann fühlt sie sich einfach einsam So, hier Das brauchen wir Produktionsmodul Raffineriemodul Ne, haben wir nicht Ich dachte, wir hätten noch so ein Ich dachte, wir hätten tatsächlich noch ein Ähm Aber die Sachen können wir doch theoretischerweise doch auch ins Ins Hauptlager packen Im Frachtraum Man kann bestimmt auch später den Frachtraum vergrößern Da würde ich verwetten Dann